So, Hallihallo, es ist mal wieder Minimotorways Zeit und ich habe leider immer noch kein Internet. Also ich bin mit dem Provider schon in Verbindung und wir sind an der Lösung des Problems dran. Und ich hoffe, dass in ein, zwei Tagen, vielleicht drei Tagen sich das alles wieder erledigt hat und ich wieder Internet habe und auch einen Score oder Highscore dann posten kann. Heute geht es leider nicht. So, wir spielen mal in Rio de Janeiro heute die tägliche Herausforderung. Wir sehen uns mal die Regeln an. Tägliche Herausforderung, 10.08.2022. Ich sehe das Licht, beginne mit vier Ampeln und da sind keine weiteren Ampeln verfügbar. Runde 2, verdopple die Anzahl der gewonnenen Kreisverkehre. Okay, also jedes Mal, wenn ich einen Kreisverkehr ziehe, bekomme ich dann zwei anstatt von einem und bei den Ampeln haben wir nur zu Beginn vier und danach werde ich keine mehr ziehen können. Okay, so, dann starten wir mal. Spielen. So, die Regeln hatten wir. Nur vier Ampeln. Doppelt so viele Kreisverkehre wie sonst. Machen wir Pause. So. Jetzt ziehen wir das mal hier so lang. Alles klar. Dann machen wir weiter und wir beschleunigen mal. So. Ja, ich werde jetzt hier mal was blockieren. Muss ja nicht gleich hier oben irgendwie losgehen mit Häusern. So, vielleicht auch so, dass hier nicht gleich direkt ein Kaufhaus an der Straße spawnen kann. So, zum Beispiel. Genau. Und. Ja, vielleicht machen wir das so. Und dann wird wahrscheinlich als nächstes hier ein spawnen. Oder hier unten. Ja, wobei. Vielleicht können wir das ja verhindern. Zack. 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 So, ich denke. Ja. Das sollte so hinhauen. Und dann könnte auch die hier weg. Die Straße. Jetzt haben wir ein lila Häuschen dazu bekommen. Vielleicht so. Okay. Okay. Ah ja. Mir fällt gerade ein, dass ich ja diese ganzen Videos, die ich jetzt aufgenommen habe, die ihr vielleicht die letzten zwei Tage gesehen habt oder drei, dass ich die eine gewisse Zeit lang nicht hochladen konnte. Und ihr kriegt halt meinen Internet Trouble sozusagen erst dann mit, wenn mein Internet wieder geht. So, wir nehmen einen Tunnel. Gucken wir mal, wie die Karte sich entwickelt hat. Ja, können wir hier auch erstmal so ein bisschen blockieren. So. Genau, also das nächste Einkaufszentrum könnte hier entstehen, aber hier ist eigentlich auch so ein guter... so ein guter, ja, so eine gute Durchfahrt. Vielleicht wäre das gar nicht so gut, wenn hier was entstehen würde. So, hier machen wir das mal auch dicht. So, und jetzt ist hier noch ein lilanes Häuschen entstanden. Hier ist noch eins dazugekommen. Noch eins. So. 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 Okay. So. Machen wir das vielleicht mal so. Ja, Lila hat eigentlich genug. So. So, dann nehmen wir den Tunnel. Jetzt könnte hier noch eins spawnen, aber das verhindern wir mal gleich. Ja, mal gucken, wie das jetzt wird. Also bis jetzt haben wir es ja geschafft, nur Lila zu haben. Als Farbe. Vielleicht können wir es auch dazu bringen, dass die alle ein bisschen näher entstehen. Also, mal gucken. Okay, das ist richtig krass, dadurch, dass wir so viel Lila haben. Okay, wir müssen Lila mal so ein bisschen Ruhe verschaffen. Und meine Idee wäre, dass wir jetzt hier mal Platz machen. Und vielleicht erscheint ja dann hier gleich ein Kaufhaus, was auch Lila ist und sozusagen hier den Druck wegnimmt. Sonst ist das Spiel gleich verloren. Ech. Okay. Okay. Ja, probieren wir es mal. Also hier muss nochmal ein lila Kaufhaus entstehen, damit hier so ein bisschen mehr Ruhe reinkommt ins Spiel. Okay. Okay, jetzt ist Gelb entstanden. Also es war jetzt keine gute Taktik, merke ich. Weil Lila hat zu viel Druck jetzt. So. So. Und Gelb ist eigentlich auch schon am Limit. Direkt. Krass. Hm. 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 Also scheint so, dass Lila jetzt die ganze Zeit am Limit fahren wird. Mal gucken, wie lange das gut geht. So. Mal gucken, was hier so frei ist. Okay. Hier wäre jetzt blöd, wenn hier irgendwie ein Kaufhaus entstehen würde. Schauen wir mal. So. Jetzt haben wir hier oben. Eins. Okay. Also es heißt für mich ja eigentlich, dass ich jetzt hier so ein bisschen das entwirren kann. Jetzt brauche ich hier ein paar Straßen. So. Okay. 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 So, ich nehme natürlich einen Tunnel, ist jetzt noch ein grüner entstanden, aber den können wir gleich hier mit anbinden, ah nochmal grün, ok, ich hoffe lila verkraftet jetzt diese Änderung, so, ok, und den schließe ich mal, den schließe ich mal so an, und so. Oh, lila hat sich ein bisschen entspannt, krass. So, gelb kommt einfach hier ran, und hier. Und dann geht's weiter. Ganz witzig finde ich, dass man hier an dem Schatten das Wahrzeichen Rios erkennen kann. So. Ja, jetzt nehmen wir hier mal alles weg. Und dann schauen wir mal. Noch mehr gelb. Noch geht das. Jetzt nochmal lila dazu gekommen. Hm. Können wir das hier so machen. So. 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 Okay. Jetzt habe ich keine Straßen mehr, aber gleich ist der Freitag vorbei. So eine könnte ich hier noch rausziehen. Jetzt habe ich vier bekommen. Hm. Okay. So. So. Wir nehmen die Brücke. Sitzen aus. Ja. Ist gut. Also ich glaube, ich möchte nicht, dass hier in der Ecke noch mehr Häuser spawnen. Deswegen verschließen wir mal diese Option. Ich muss auch nicht noch mehr Lila hin. So vielleicht. Genau. Okay. Gelb finde ich jetzt hier auch doof. Gucken, ob das irgendwas hilft. Okay. Okay, jetzt ist da rot hingekommen. Jetzt brauche ich Straßen. Kann es sein, dass an den Rändern, ne doch an den Küsten, das spawnen auf jeden Fall Häuser. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. So. Ich kann mir das anders gestalten. Und zwar so. So. Mh. Ja, nehmen wir hier vorne welche weg. Und dann noch eine. Okay. Okay. Okay, ich brauche noch mehr Straßen. Wobei, wir probieren es mal so mit rot. Vielleicht geht das ja. Okay, Lila. Ja, langsam wäre eine Autobahn ganz gut. Gut. Die würde wirklich helfen. Hm. Okay, jetzt habe ich keine Straßen. Straßenmeer. Hm. Okay, schauen wir mal wie das geht. Und dann. So. Ja, das ist jetzt eine gute Wahl. Oh Mann. Ich glaube, ich nehme die 30 Straßen dann doch zur Sicherheit. Ähm. So, den kann ich dann hier anschließen. Und so. Okay. Ja. 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 Das lasse ich jetzt mal so. Ja. 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 Put非常 curios fool. Ja, es ist ja almost zero ko SHS fliegt. Aha. Alles klar. Gut, dass ich die Roten da eben angeschlossen habe. ins schlossennetz ok grün so jetzt haben wir noch blau ok so hm also ich könnte den hier mal ok ne dann da kriege ich keine zusätzliche straße na gut dann muss das erstmal über also so laufen ok ok so ich nehme wieder die straßen und es könnte auch komplett falsch sein dass ich die nehme aber das ist jetzt nun mal so ok ok so und so gut gut so lila lila schließen wir mal hier mit an so 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 So, wir füchern. so blau ist auch relativ gut gespawnt würde ich sagen wenn immer eine autobahn zur sicherheit so 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 ist klar okay das grün hier unten noch dazu gekommen so 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 ja wir nehmen die straßen auf jeden fall so ist ja noch irgendwo was gespawnt eben ich glaube das grüne Haus hier da vorbei kommen wir hier lang vor also die grünen können wir auch hier lang fahren so so wir nehmen den kreisverkehr ach wobei jetzt sehe ich hier gerade dass wir auch hier irgendwie was haben könnten so jetzt ist gelb rund geworden so 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 okay jetzt ist dann nochmal ein grünes dazu gekommen das würde ich sagen schließe ich hier an und hier und so und so 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 und dann nehmen wir hier noch ein paar lila mit dazu so 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 ich habe mir gerade überlegt wir könnten warten wir mal bis die Brücke sich erledigt hat Ok. So. Also so. Und dann nehmen wir hier die ganzen gelben. Und dann ziehen wir die zu dem hier. Ok. So. Und jetzt ist hier noch blau. Und blau schließen wir jetzt einfach hier mit an. Also hier mit. Und die kommen hier noch mit dazu. So. Und der auch noch. So. Rot. Rot ist ein kleines Problem. Jetzt werden die Autobahn ziemlich gut. Aber wir belassen es mal bei den zwei roten Häusern. Häusern. Ok. Grün. Ok. Schauen wir mal. So. Wir packen mal hier eine Ampel hin. Ok. 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 hier auch. Ok. 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 dann anders. Dann hier. Ok. Ok. friends. Ne. Bisschen zu spät. Game over. Zu wenige Autos erreichen dieses Ziel rechtzeitig der Verkehr brachen nach 77 Tagen zusammen. 1.381 Pendler waren in dieser Zeit auf deinen Straßen unterwegs. So, zack, dann machen wir mal ein Foto von Rio de Janeiro am 10.08.2022. So, na, ich glaube, ich mache noch eins. Genau, das muss man erst mal ganz weg. So, und dann ohne diese kleinen Symbole. Perfekt. So, dann schauen wir mal, wie wir, ja gut, wir können ja gar nicht, schauen wir, wie wir kein Internet haben. Sonst würden wir hier irgendwo stehen, auf irgendeinem Platz, aber das, ja, geht aktuell nicht, da ich kein Internet habe, aber das Problem ist dann schon längst gelöst, wenn ihr dieses Video seht. Deswegen, genau, hier vielleicht nochmal die Regeln, täglich Herausforderung, die tägliche Herausforderung ist eine neue Art Minimotoways zu spielen, jeden Tag kann jeder die gleiche Karte mit den gleichen zufälligen Bedingungen spielen und um die Plätze in einer globalen Bestenliste kämpfen. Aber jeder hat nur eine Chance, seine Punktzahl einzutragen. Also, nutzt sie. Ne, das habe ich schon in den Videos vorher auch öfter mal erwähnt, dass bei der täglichen Herausforderung nur die, der erste Versuch sozusagen zählt. und da heißt es dann, ja, alles oder nix. Okay, also, dann sage ich jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Und, ja, abonniert gerne meinen Kanal, lasst gerne einen Kommentar da. Ähm, ihr könnt auch gerne die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und, ja, genau, ihr könnt nochmal ein Like geben, falls euch das Video gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. So, dann sage ich bis zum nächsten Mal und wir sehen uns vielleicht sogar schon morgen wieder. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.